Alle Jahre wieder. Manhattan, Dezember 2019. Immer im Dezember verwandelte Manhattan sich in einen Stadtteil, den Maggie kaum wiedererkannte. Touristen strömten in die Vorstellungen am Broadway, drängten sich auf den Bürgersteigen vor den Kaufhäusern in Midtown, bildeten einen behäbigen Fußgängerfluss. Boutiquen und Restaurants quollen über von Tüten bewährten Kunden, Weihnachtsmusik sickerte aus versteckten Lautsprechern, sogar Hotellobbys waren mit Glitzerschmuck dekoriert. Der Baum im Rockefeller Center leuchtete vor bunten Kugeln und in Blitzen tausender Smartphones. Und der Verkehr, selbst in den besten Zeiten nicht gerade flüssig, starrte sich derart, dass man häufig zu Fuß schneller war. Wobei das Gehen andere Uneinnehmlichkeiten mit sich brachte. Oft peitschte ein eisiger Wind durch die Straßen und machte lange Unterwäsche, mehrere Fließschichten und bis zum Kinn geschlossene Jackenkragen erforderlich. Maggie Dawes, die sich selbst als von Fernweh getriebene Lebenskünstlerin betrachtete, hatte New York während der Weihnachtszeit rein theoretisch immer geliebt, im Sinne eines hübschen Postkartenmotivs. Praktisch allerdings miet sie mit Town um die Feiertage, so gut es ging. Entweder blieb sie in der Nähe ihrer Wohnung in Chelsea oder, was die Regel war, sie floh in wärmere Gegenden. Als Reisefotografin sah sie sich manchmal weniger als New Yorkerin, denn als Nomadin sie zufällig eine feste Adresse in der Stadt besaß. In einem Büchlein, das sie in ihrem Nachttisch aufbewahrte, hatte sie eine Liste von mehr als 100 Orten erstellt, die sie noch sehen wollte. Manche davon so abseitig oder entlegen, dass schon die Anreise eine Herausforderung war. Mit der Kamera über der Schulter hatte sie jeden Kontinent besucht, über 80 Länder und 43 der 50 Staaten der USA. Sie hatte zehntausende Fotos gemacht von wilden Tieren im Okavango-Delta in Botswana bis hin zu den Polarlichtern in Lapland. Es gab Bilder, die sie auf dem Inka-Pfad aufgenommen hatte, andere von der Skelettküste in Namibia und weitere von den Ruinen Timbuktu. Zwölf Jahre zuvor hatte sie tauchen gelernt und zehn Tage lang die Meeresflora und Fauna im Raja Ampa dokumentiert. Vor vier Jahren war sie in Bhutan zum berühmten Taxhang, auch Tigernest genannt, gewandert, einem in die Felswand gebauten buddhistischen Kloster mit Panoramablick auf den Himalaya. Andere hatten Magis Abenteuer oft bestaunt. Sie allerdings hatte gelernt, dass dies ein Wort mit vielen Kontotationen war. Nicht alle davon positiv.